Mit einem Pokerface und ganz viel Kampfgeist stellte sich Harald Ehlert dem ersten Prozestag am Landgericht Berlin. Dem einzigen Geschäftsführer der Treberhilfe wird Steuerhinterziehung in 21 Fällen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wirft Herrn Ehlert vor, dass er Geldwerte, Vorteile nicht versteuert hat, die er erhalten hat durch die Nutzung praktisch dienstlicher Autos. Das ist der eine Vorwurf, der andere ist, es muss ja immer über die Gemeinnützigkeit entschieden und da werfen wir ihm vor, dass er sozusagen die Gemeinnützigkeit erlangt hat für die Treberhilfe G GmbH durch falsche Angaben. Vor den Augen des Vertreters des Finanzamtes las Ehlerts Verteidigung die Eingangserklärung seines Mandanten vor. Bilanz der Stellungnahme, Ehlert habe die Grenzen des Strafrechts nicht überschritten. Der Angeklagte selbst pocht auf seine Unschuld. Deswegen stelle ich mich offen dem Verfahren und werde auch bis zu am Ende des Tages nachweisen, dass ich mich ja meiner Auffassung nach und ich hoffe dann auch der Auffassung des Gerichtes nach ordnungsgemäß verhalten habe. Auf seinen Maserati angesprochen, den er als Dienstwagen genutzt hatte, bricht Ehlert das Interview ab. Zu den einzelnen Vorwürfen will sich der 51-Jährige im Laufe der nächsten Verhandlungstage umfassend äußern. Der Fall Harald Ehlert beschäftigt nicht zuletzt auch die Senatsverwaltung für Soziales. Senator Mario Czaja teilte schriftlich mit, er hoffe, dass in Kürze Anlass unabhängige Prüfungen der Tätigkeit von Sozialeinrichtungen möglich sein werden. Ein entsprechender Rahmenvertrag soll bis Jahresende mit den Trägern in Berlin abgeschlossen werden. Wenn in Zukunft die über 1000 Berliner Sozialeinrichtungen stärkeren Kontrollen unterliegen, hätte der Fall Ehlert zumindest auch etwas Gutes bewirkt. Wann ein Urteil gegen den Ex-Geschäftsführer der Treberhilfe fällt, steht noch nicht fest.